liebe freunde herzlich willkommen zu einer neuen folge gta online und heute sind wir dabei unser lagerhaus voll zu machen wir haben letzte folge ist fast geschafft da hat aber eine annäherungsminen an unserem scheiß lagerhaus hingelegt und dadurch... Feuerwagen! Ja, okay. Ich fahre mit Major zum Armonation, Leute. Nein, 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 warte, lass uns zusammen fahren, ich habe ein geiles Auto, Bronze. Du darfst auch meinetwegen fahren mit Major. Ich habe ja schon eine Carrier mit Major. Aber der ist noch geiler, warte, komm her. Ach, halt die Schnauze, ich fahre jetzt. Ich fliege mit Melee. Luftunterstützung. Lass uns bei Ammo, Alter. Bei Ammo. Ich fahre mal rüber zum Hanky. Also, wie man hört, ich bin halt immer noch krank. Und es ist so, also es ist noch die gleiche Session, es ist so, dass wir mal Waffen aufrüsten gehen alle. Jawoll. Und damit wir uns mal gegen so einen Typen wehren können. Und dann müssen wir noch eine Ladung holen. Und können dann verkaufen. Das machen wir alles in dieser Folge. Also, wird eine spannende Episode immer. So. Okay, du hast dein Auto, alles klar. Ab geht's. Seid ihr schon mal Waffen hinter? Ja, ne? Ja, ja. Ja, und ich muss noch ganz kurz was sagen. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann packen wir das praktisch zur Seite und warten auf größere Updates. Noch da, dass ich auf jeden Fall sage, ich möchte noch ein zweites Lager aus vollkriegen und verkaufen. Und, ähm, ja. Deswegen einfach mal abwarten. Äh, wo seid ihr denn Jungs? Amolation. Kauf. Wir sind hier direkt beim Waffenladen. Ja, ja. Ich hab mir einen Raketenwerfer geholt, ne? Jo, ich auch. Hol, pack direkt alles voll. Ja, genau. Zehn Raketen geht leider nur. Bonzo, du siehst aus, ne? Ja, so ein Kanal. Ist das oberflächig, du bist auf Amir, Alter? Du bist auf Amir, ist aus GTA 4. Nein, ist aus, aber. Komm, Bonzo, steig ein hier. Ja, wie geil ist das denn, Alter? Komm mal hier. Komm mal hier, Bonzo, steig mal ein hier. Muskete, Alter. Du hast jetzt die Muskete gekauft? Voll geil. Sieht ein bisschen aus wie die Mosin, ne? Ja. Boah, ich hab aber mal richtig krasse Waffen gekauft, grad, ne? Ja, ich auch, Mann. Ja, ich auch, Mann. Wenn du willst, kannst du bei uns den Heli. Ja, ich komm jetzt gleich. Jo, geil, ey. Wir müssen leider noch mal zum Maze-Bank-Tower, ne? Du bist dann, ne? Jo. Ja, ich kann ja... Mit dem Heli, einfach. Ja. Major? Der Major ist ready. Ich hab so einen MG gekauft, wo ist denn das? Ahhhh. Du bist aber rei, Bonzo, wir machen jetzt die Spritze für unseres Lebens, Mann. Mit dem Gotti. Bin bereiter. Jawoll. Wenn irgendwann ist, dann bam bam bam. Oh, ich hatte das. Hä? Jetzt haben wir den Kopf, super. Was ist denn los mit dir? Sogar mit Neon unten drunter. Hä? Was machst du denn da? Komm da nicht rein. Na jetzt. Der wollte die ganze Zeit einsteigen und fliegt weg. Oh. Komm zum Büro oder was? Ja. Bin hier wieder los. Nein! Nein! Oh shit. Was habt ihr gemacht? Äh, ein kleiner Stunt. Du musst schon mal den Lester anrufen, Clary, wir haben einen Stern. Hör auf zu schießen bei uns, ich ruf den Lester an, sonst können wir ins Office gehen. Alles klar. Was denn? Na ich mein grad, alles klar. So. Du kannst das auch glaube ich so, wenn du... Oh nein, Clars Gaming ist dort. Der macht aber nix, Warte. Der macht grad nix. Der ist keine feindliche Firma. Was? Wir können auch einfach warten, bis der Dennis, äh, drin ist und dann kann er uns direkt ins Büro einladen. Das geht auch mit Sterne. Ah, du Schlampe. Du hast unseren Ruf geschädigt. Du hast unseren Ruf geschädigt. Du hast unseren Ruf geschädigt. Ich dulde das nicht in meinem Unternehmen. Alter, die Moskete. Wer sich mit Heidelwurst anlegt, legt sich mit dem Falschen an. Oh, doppelläufige hier Doom oder was, ey? Heute ist der Tag der Abbringung gekommen. Die Doomstimme. Keine Sau nähert sich unserem Gebiet. Keine Sau. Wir haben Vögel in der Luft, die explosives Abfeuern. Aaaaaah. Aaaaaah. Yeah. Oh mein Gott, was war das denn? Oh, der getötet. Boah. Scheiße. Okay, ich lass mich mal von den Kopf umbringen, dann können wir jetzt ins Büro. Schnauzebohle. Boah, Fick. Alter. Wir haben in dieser Folge noch etwas Wichtiges vor. Falsgaming hat mich getötet. Er ist immer noch ein Feind. Und zwar, Leute, wir müssen in dieser Folge noch etwas Wichtiges tun. Abseits des Verkaufen. Verkaufen. Und das müssen wir morgen machen. Also in der nächsten Folge. Aber es steht noch etwas Wichtiges auf der Agenda. Was denn? Lasst euch überraschen. Okay. Wir sind ready. Okay, ich geh ins Office. Ich mach den Deal klar. Und dann werden wir den heißen Shit droppen. Und wir werden unsere Company Top of the Tops bringen. Hör doch mal Zeit. Top of the Tops. Ich komm unter der Drücke, Mann. Kein Problem. Okay. Hier ist ein Soldat. Lass mich mal ins Büro ein, Dennis. Hier ist ein verlorten Soldat. Das war nicht nötig, Bernd. Immer noch diese scheiß Ausrichtung. Einrichtung. Was für eine Ausrichtung. Das sieht echt komisch aus, ne? Also ich muss sagen, ich fand das am Anfang auch echt geil. So, aber als ich dann das letzte gesehen habe, was du dann neu gekauft hattest, dann fand ich das schon besser. Ja, ja, ja. Da hat man sich jetzt halt voll dran gewöhnt, ne? Ja, ja, genau. Okay. Entschuldigung. Oh Mann, ey. So, Lagerhauskarte. Dimm, 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 dimm. Alter, wir haben die zu 94% voll. Eine Kiste für eine. Jawoll. Eine Kiste für eine? Die eine, die kaputt gegangen ist, ne? Mhm. Elektronikartikel. Dann würde ich mal sagen, nichts wie Werkel. Schön, schön. Ja, aber. Ja, aber. Ich hab euer Büro auch. Elektronikartikel. Es ist schön, aber ihr habt recht, Jungs. Verlasse das Büro. Ja, Dennis nimmt uns gleich mit, oder? Ja. Aber wir müssen erst mal Kleidung wechseln, ne? Achso. Na komm, hau mal jetzt gute Sachen raus, hier. Das, das findest du keine guten Sachen? Guck, wie geil. Äh. Wie die Blackman Group, Alter. Ja. Ja. Oh. Das ist doch mal was Vernünftiges hier. Ja, Brons. Ist klar, dass das in Brons wieder gefällt, ne? Blown survivor. Wir sehen aus wie Mark Warbeck, Blown survivor. Ja, ist echt so. Der beste Film ever. Warte mal, war, war der, war überhaupt der Film mit Mark Warbeck, Blown survivor? Ja, ja. Doch, doch. Ja, ne, ja, genau. Boah, hier guck ich mal an. Aber es gab dann noch Dings, ne? Hier, ähm. Hier ist ja auch ein Sniper. Ja, genau. Blown survivor fand ich aber nicht so geil, ey. Äh. Ey. Fand ich nicht so geil. Fertig, ey. Ich fand den geil, aber der hatte dann am Schluss so viele Hollywood-Scene. Ja. Hollywood. Na gut, in Türkei ist das ja schon, äh. Vor allem Türkei, weißt du. Ja, los geht's. Kriegt der Film acht Oscars. Obwohl es nur sechs gibt. So. Ja, ihr denkt dran, immer schön warm laufen, da so Maschinen. Was ist denn da? Ich wollte eigentlich ein bisschen Speed aufnehmen, aber es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hab. Es ist eine Kiste, Jungs. Eine Kiste. Okay, das können wir ja wohl packen. Natürlich, muss ich mal sagen, das ist natürlich ein Witz, ja. Ich mag die Türken, ich mag den Major. Oh Gott, ne, jetzt fang ich nicht wieder damit an, ey. Ich mag alle. Jetzt fang ich nicht damit an, ey. Ja, hast Türken. Hast du die Männer jetzt. Der Typ, der Bonz lässt man immer so kaputt, ne? Weißt du, wo wir hier verstecken im Labyrinth da gespielt haben? Ja, hier. Da hat man noch Zeiten, ne? Auch im Wasser, ne? Im Wasser. Ja. Diep, 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 diep. Diep, 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 diep. Diep. Diep, 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 diep. Okay, am Strand. Diep, diep. Diep, diep. Diep. Ja, Battlefield 1, werd' ich übrigens auch zocken. Ja, liebe Freunde, ich schwarte auf dat Release. Diep, diep, diep. Da, da, da. So ja bald ne Beta kommen. Battlefield Zaun is immer geil, ne? Oh, das Ding, d's, d's, eh, hier, Polizei, Eskorte. Okay, dann ballern wir die Dinger mal weg, ne? wir müssen wir müssen das dinge anhalten alter das ding wo die kiste drin ist alter so einer muss raus und er war einsteigen und weiterfahren aber wir wir haben sterne wir haben sterne wir haben keine reifen hier steht noch einer ich habe ihn komm steig ein bronzo steig ein wir machen das schon das soll ich den kamerad nicht mehr lassen mann lone survivor oder was ich glaube man geht es ist die korea liegt nicht über die wir holen uns alle kopf muss sagen weil ich zu tief bin als ich zu tief mit dem hedi bin und hatte zu tief beim brunzen das neue als neis nach Das ist ein Heisenberg, Alter. Komm her, du Bulle! Bist du noch einmal, wo der Bonzo gesagt hat? Komm her, du Bulle! Hey, was ist das denn? Was ist denn da? Gummipuppe Deaths2 an. Hey, was ist das? Major macht Zucuk. Wer schießt da? Okay. Okay, man. Dennis muss das sein, oder? Ja, wer schon immer wissen wollte, wie Major aussieht, ja? Und wie es aussieht, wenn Major Zucuk macht. Sehr billige Strategie für Klicks. Ja, das ist der Plan. Sehr billige Strategie, man. Schwaches Argument. Das ist echt so. Ey, denk dran, wenn du jetzt da wieder zum Lager fährst, sind da bestimmt wieder Bomben platziert, ne? Lass mal vorausfliegen. Lass mal vorausfliegen und dann schon mal alles wegbomben. Ja, ich geh einfach rein, scheißegal. Nein. Mein Leben hat keinen Wert mehr. Ohne die Fracht. Oh, warte mal, Falsgaming, ja, ja. Holt ihn euch, holt ihn euch. Ab zum Lager, ja. Schön gemacht, Curry, schön gemacht. Ja, das war Tennis, ich war das nicht. Wir müssen die Kopf abschütteln, Bronze. Wir kommen sonst nicht rein, ja? Okay. Kommt sonst nicht rein? Ich glaub, da sieht, da liegt nix, oder? Ja, baller einfach darauf, die werden schon explodieren, wenn die, wenn die. Dann kam von einem Strand lang, oder so. Ah, die liegt aber nix. Ja, oh mein, da, an der Cover, Alter. Ist ja auch im Minenfeld. Was das Problem ist, Bronze muss hier links rein, ne? Oh, oh, oh. Ja, die Kopf ab. Ja, Bronze, schnell. Wir werden schon anvisiert. Ja, nix schnell, wir müssen die Kopf abschütteln, Leute. Revisiert uns an. Habt ihr kein Läster, oder so? Nein. Ach du Scheiße. Gleich haben wir's, gleich haben wir's, noch ein bisschen verstecken. Oh, da passt auf! Versteck, Mann. Ja, der Typ hat's alles mit mir. Alter, was für ein Krimi. Falls gehen wir, Alter. Rechts, dreh um, Curry, rechts. Okay, wir haben's geschafft. Ja, ja, der fährt da mit dem Auto. Oh, ich seh nicht. Alter, schieß da. Boah, Alter. Aber hier ist ein Buzzard in Luft. Oh, wieder wohl. Oh, ist down, ist down, ist down. Kann ich nicht Läster anrufen? Ja, schieß doch nicht, wenn wir die Kopf abgeschüttelt haben. Warte mal, es tut mir so leid, Alter. Warte mal. Wenn du Läster anrufen kannst, mach. Ich kann Läster nicht anrufen. Ich glaube, wir müssen die Fahrer wechseln. Ne, du musst Level dafür haben. Abholung per Hubschrauber. Da war schon Level, glaub ich, keine Ahnung. Söldner rufen. Weißt du, ihr braucht zu lang. Der kann, der kann Läster noch nicht anrufen, Bronte, oder? Warte, warte, warte. Gucken an, Mann. Gucken an. Falsgaming ist bei uns übrigens, ne? Ja, wir können grad nix machen. Ich bin der Vater. Es tot, Falsgaming ist tot, Leute. Okay, wir haben die Vorderungen. Nein, jetzt fahr, 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 nicht mehr schießen. Ich hab Läster angerufen, Alter. Wir bringen das Paket weg. Problem war, ich war grad in Läster anrufen, weiße. Du warst in Läster. Okay, go, 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 go. Pass auf die Minen auf. Ne, da haben wir schon alles geklärt gerade. Ja, aber der kam da doch grad, wer weiß, ob der nochmal da war. Ja, stimmt, aber ist nix. Oh, yeah, Mann. Alter. Das Lagerhaus ist voll. Ach. Wir haben es zu 100% vollgekriegt, meine Damen und Herren. Das Lagerhaus Nr. 1. Hier sieht man es, es ist komplett voll. Jawohl. Aber das hier alles drin steht, Mann. Ja, voll krass, Mann. Lass mal angucken, ey. Guck mal hier, was ist das denn? Gefälschte Ware. Tenzone. Ich weiß auch gar nicht, welche Marke das sein soll, normalerweise. Heroin, oder? Guck mal, hier ist Elfenbein. Krass. Hier sind noch ein paar Handys. Hier kannst du noch einen neuen iFruit kaufen, das ist dein neuer Laptop. Helfenbein, ne? Kennst du ja. Schwuck von Mammuts, ne? Hahahaha. Warte mal hier, Bronzl. Warte mal hier, ey, Pilzl. Warte mal hier, Bronzl. Warte mal hier, ey, Pilzl. Und hier, Bronzl. Warte mal hier, ey, Pilzl. Und hier, Bronzl. Ja, das ist ne hochgeschwürdig. Umran, Alter. Sprengstoffköppel. Sprengstoffköppel. Köppel. Naja, auf jeden Fall, okay, hier, ey. Atomar. Oh, schicke Uhr, nömer, oh. Da oben wieder Actionfiguren mit Pillen drin und Medikamenten. Schön, schön. So, dann gehen wir jetzt verkaufen, ne? Jawoll. Ich geh mal in den Laptop. Alles. Ey, wird jetzt richtig heftig, ne? Oh, ich bin am Rad. Alles. Wir haben übrigens noch nicht einmal irgendwie ein Fahrzeug aufgewertet, ne? Doch, hab ich schon gemacht in der allerersten Folge. Echt? Stimmt, stimmt. Okay, passt auf. Wenn wir alles verkaufen, 16 Kisten kriegen wir 240.000, ja? Jo. Was? Wir fortfahren. Es geht los, Leute. Die Operation beginnt. Ich hab ne Nachricht gekriegt vom Files Gaming Krieg, hat er geschrieben. Nein, komm, Files Gaming. Heißt, wir müssen jetzt ganz schnell die Kiste wegbringen. Das Ding ist, das sind jetzt diese geilen Trucks, wo man sich so hinterklemmen muss, weißt du? Wo ist der? Hier. Es sind nur ein, ne, es sind mehrere. Zwei Trucks. Zwei haben wir? Jaja, einer steht noch rechts gegenüber. Wo? Was sollen wir jetzt machen? Hä, wo? Wo? Rechts, gegenüber. Auf der Karte, da ist ne blaue Kiste. Achso. Das Ding ist, wenn wir jetzt sterben, ne, dann ist alles weg. Ne, bei mir ist nur eine blaue Kiste da. Hier, da ist die. Ich hol die, warte. Ja, Brozo, ich steig bei dir ein. Fahr los, Curry, go, go, go. Hier, ein bisschen hinne, ein bisschen hinne. Eigentlich will ich nicht umfahren, ey. Eigentlich müsste ich mit einer anderen Karinthea fahren, ne, Curry? Ja, du könntest ja nicht schießen, du könntest ja gar nichts machen. Brozo, ich komm rein, warte. Guck mal, da ist der Files. Da ist er. Da ist er. Pass auf, Alter. Da ist er. 1,2. Alter. Oh mein Gott. 1,2 Kilometer. Nein, wenn wir sterben, wir dürfen nicht sterben. Files Gaming kommt von hinten. Ja, fahr, fahr. Bei uns to go. Ja, wir sind. Ja, nice Major, nice. Sauber. Wie hab ich das denn gemacht? Keine Ahnung. Egal, scheiße. Vollgas. Leute, wir brauchen unbedingt Schutz. Das sehen wir in der nächsten Episode von GTA Online. Fahr, bei uns to fahr, fahr, fahr. Major. Gut, ciao. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.